Gute Morgen Leute, zum letzten Mal aus Okonjima Lot. Das hier war unser Zimmer für die letzten beiden Tage. Hier ging es raus. Wir hatten teilweise Zebras bis genau hier vorne am Wasser bei uns. Da vorne geht auf jeden Fall irgendeine Party auf. Es ist 7 Uhr morgens. Wir haben geschlafen. Ja, ein bisschen kurz, aber gut. Ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen, weil ich noch geschnitten habe. Aber wir haben jetzt eine über 4 Stunden Autofahrt vor uns. Und die werde ich versuchen zu nutzen, um noch ein bisschen Schlaf nachzuholen. Erst baue ich mir jetzt hier mein Bett. Drei Lagen Kartisjacke, mein Rucksack, meine Jacke. Ich glaube, so schlafen wir jetzt. Es geht los. Ich hoffe, die Straßen sind noch ein bisschen besser. Aber eigentlich ist es egal, Leute. Ich schlafe jetzt wieder. Ok, nicht aus dem Auto aussteigen für 16 Kilometer. Hier laufen Elefanten und Löwen rum. Ich habe die ganze Fahrrad über geschlafen. Fünf Stunden lang. Immer so ein paar Sekunden zwischendurch aufgewacht. Jetzt habe ich gleich ein bisschen Schlaf nachgeholt. Und jetzt sollten wir auch gleich da sein. Das hier ist die Huber Terre Lodge. Und Leute, ihr seht, es regnet einfach. Und das ist nicht normal, denn die Regenzeit hat eigentlich letzten Monat hier aufgehört. Und in den letzten drei Wochen hat sich ein Tropfen geregnet. Und jetzt auf einmal... Ok, ich gehe da rein. Ähm, regnet es hier richtig krass. Nicht nur irgendwie so ein bisschen. Die Mitarbeiter sind zum Teil verwundert, aber freuen sich auch, weil es braucht halt Regen. Wie gesagt, die Regenzeit war es letzten Monat noch. Deswegen ist es relativ grün. Aber jetzt beginnt eigentlich die Trocknzeit und alles trocknet ziemlich aus. Und deshalb freut man sich halt zum einen darüber, dass es überhaupt wieder regnet. Zum anderen ist es aber auch komisch, was das Wetter hier macht. Naja, für uns aber auch mal ein interessanter Anblick. Man erwartet halt irgendwie nicht hier so Regen im Moment. Und jetzt bin ich ein bisschen nass. Da ist die Sonne wieder und wir machen uns auch direkt hier auf den Weg. Eine erste kleine Fahrt raus ins Löwengebiet. Keine Ahnung, ob wir welche sehen werden. Man muss schon Glück haben, welche zu sehen. Aber es gibt auch Elefanten und eben viele weitere Tiere. Und natürlich auch einen Zander, mit dem wir jetzt hier unseren ersten Abend gemeinsam zelebrieren wollen. lauhe. kaapab... Bis zum nächsten Mal. Gute Morgen Leute. Das hier ist unser kleines Häuschen. Oh, das ist immer noch. Zwei Nächte sind wir hier. Die Sonne geht bald auf und wir machen einen Early-Early-Morning-Drive. Es ist gerade 6.30 Uhr um möglicherweise Löwen zu finden. Aber zuerst gibt es noch ein kleines Frühstück. Wir könnten bis zu 5 Stunden unterwegs sein. Los geht's. Wir freuen uns noch richtig Nebel. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Wir hatten Pancakes im Frühstück. Und gestern war auch noch cool. Da sind wir eigentlich auch hier rausgefahren. Hatten unseren Sundown da draußen. Und die Landschaft ist hier halt ziemlich anders als sie es gestern noch war. Also vorgestern. Wir haben jetzt heute Morgen um 5 Uhr einmal ein Signal gekriegt. Von einem Löwen, der auf dem Berg ist. Dann um 7 Uhr haben wir nochmal. Was wir nicht haben, ist ein Signal von der Löwin mit ihren zwei Kleinen. Aber wir wissen ungefähr, wo das letzte Signal von gestern Abend war. Und da werden wir jetzt einmal hinfahren. Und dann werden wir mit einem Radio-Device gucken, wo sie ist. Also das Ding ist, bei Löwen die sind wild. Die sind wirklich wild, wild, wild. Ja, es ist nicht so einfach die zu finden. Weil die wollen natürlich nicht mit Menschen chillen. Also wie ihr hören könnt, wir sind jetzt auf der Suche nach Löwen. Es kann ein paar Stunden dauern. Aber ja, gestern Abend war auf jeden Fall auch noch lustig. Weil der ganze Staff hier, der führte jeden Abend da. Weil wir heute Bock drauf haben. Kleine Gesangseinlage legen wir ein. Die ist am Ende auch noch mit dabei, ne? Das ist so, wenn die Musik anfängt, dann kann ich nicht still sitzen. Dann muss ich einfach mitdancen. Ja, cool. Heute Abend, ne? Sind wir alle dran. Heute wieder? Au, okay, okay, okay. Aber jetzt suchen wir mal die Löwen. Wir haben ein totes Zebra gefunden. Und zwar ganz hier hinten. Und wir glauben, dass das von einem Löwen gerissen wurde. Sie legen sich dann eben an am Baum. Und dann essen sie wieder weiter. Ein bisschen später. Dann liegen sie wieder ein bisschen. Dann essen sie wieder ein bisschen. Also wir können eigentlich nur da rum sein. Wir fahren uns einmal drum rum. Mal gucken, wie sie das sehen. Okay, können sie sehen. Die Löwen haben gerade richtig schönes Festmagen gehabt von Zebra. Und die sind noch lange nicht fertig. Aber die sind erstmal voll gefressen. Deswegen chillen sie jetzt einfach da liegen. Und da verdauen erstmal alles. Und wenn wir damit fertig sind, dann geht's zurück zum Zebras zu übernehmen. Wir gehen damit weiter. Das war schon sehr besonders, die Löwen so in der freien Wildbahn zu sehen. Wie sie einen mit ganz tiefen Augen angucken. Und die wissen ganz genau. Die sind stärker als man selbst. Und vor allem wird es einem selbst einfach nochmal vor Augen geführt. Das ist wirklich die Natur. Und wir Menschen. Klar, durch die Zivilisation haben wir Städte, Werkzeuge, Waffen. Und können uns so im Endeffekt häufig gegen die Natur durchsetzen. Während der Löwe aber einfach Natur pur ist. Das Gebrülle eines Löwen kann man eigentlich gleichsetzen so mit dem Urschrei der Wildnis. Aber allein in den letzten beiden Jahrzehnten sind 42% der Löwenpopulation in Afrika verschwunden. Aus verschiedenen Gründen. Die werden gejagt, weil es viel Geld für die gibt als Trophiejagd. Und einfach weil der Mensch in immer mehr Bereiche vordringt, wo früher Löwen waren. Und deswegen kümmern sich Projekte wie Afrikat darum, den Löwen einen geschützten Raum zu geben. Wie zum Beispiel im Hubertair Reservoir oder wo wir vorgestern noch waren in dem Okonjima Reservoir, wo hauptsächlich Geparden und Leoparden leben. Aber eben auch Großkatzen. Aber naja, wir wollten eben auch nochmal die andere Seite der Medaille sehen. Denn die ist die hier eigentlich. Wir sind hier gerade in einem kleinen Dorf nur ein paar Kilometer entfernt von der Grenze des Hubertair Reservoirs. Und dort ist kein richtiger Zaun. Da steht zum Teil einer, der ist aber total durchlässig und niemand hat das Geld, den irgendwie zu fixen. Das heißt, die Löwen, die dort leben, die kommen manchmal hierher. Und dann freuen die sich natürlich, wenn die Livestock sehen. Livestock, das sind zum Beispiel eben hier die Kettel, also die Kühe oder auch Schafe. All das, was eben für die Farmer hier den Lebensunterhalt bedeutet. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, hier kommt ein Löwe angelaufen und tötet einfach mal 10 solcher Rinder. Für manche Familien bedeutet das, die gesamte Lebensgrundlage ist weg. Für die Familien sind hier deren Livestock alles. Und natürlich ist der einfachste Ausweg dann, zu einer Waffe zu greifen und den Löwen zu töten. Was wiederum dazu führt, wie in den letzten Jahrzehnten, dass irgendwann die Großkatzen hier aussterben. Und Projekte wie Afrikat kümmern sich nicht nur darum, die Löwen selbst zu schützen, sondern eben auch den Communities hier, den Dörfern hier, den Locals vor Ort eine neue Perspektive zu geben. Und das mit relativ simplen Maßnahmen, die aber sehr effektiv sind, wie zum Beispiel einem solchen Zaun hier. Dieser Zaun ist nämlich löwensicher, solange er instand gehalten wird. Der ist zu hoch, als dass sie rüber springen könnten und zu fest, als dass sie irgendwie einfach durchgehen könnten. Und zusätzlich ist hier noch eine kleine, aber simple Erfindung eines Teenagers aus Afrika dran. Nämlich dieses Licht hier. Und wenn ich hier meine Hand drüber halte, seht ihr, das Ding fängt an zu blinken. Das ist ein extrem günstiges, rudimentäres Licht, was ein Solarpanel oben hat. Es lädt sich also am Tag automatisch auf und nachts fängt es an zu blinken. Und den ganzen Zaun entlang sind solche Lichter angebracht. Und aus der Ferne sieht es einfach nach einem Feuer oder nach einer Stadt und Menschen im Allgemeinen aus. Auf jeden Fall etwas, was Löwen jetzt nicht so gut finden. Und das hilft eben zum einen erstmal den Großteil Löwen überhaupt wegzuhalten hier vom Dorf, vom Gehege. Und zum zweiten schützt natürlich das Gehege an sich dann vorübergriffen. So versucht Afrika der lokalen Bevölkerung eine neue Perspektive eben zu geben. Indem sie solche gesicherten Cradles bauen, also Gehege. Und das hier ist eine Community, wo das ganz gut funktioniert. Hier stellen die meisten Farmer jetzt nachts ihr Vieh, ihr Livestock in diese Cradles rein. Und dadurch gibt es hier kaum noch Probleme mit den Löwen. Das Ganze ist halt keine ganz einfache Sache. Weil natürlich versteht man es, wenn der Farmer irgendwie keine Alternative hat. Und er die Basis des Lebens seiner ganzen Familie irgendwie schützen will. Dann kann man manchmal keinen anderen Weg sehen, als zum Beispiel so einen Löwen zu erschießen, der das ganze Dorf bedroht. Aber das bedeutet halt auch, dass nach und nach, wenn der Menschen immer mehr Räume vordringen, Löwen und andere Großkatzen komplett ausgelöscht werden. Deswegen ist das so der Spagat. Und deswegen werden auch diese Tiere eben so genau erforscht in diesen Reservaten, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben. Um eben im Endeffekt zumindest einen Teil des Wildlebens erhalten zu können. Und ein Leben des Menschen mit dem Wildleben in Einklang zu bringen. Das ist eine große, große Aufgabe. Aber manchmal helfen halt so kleine Sachen wie ein ordentliches Gehege und diese kleinen Blinklichter. Wir durften hier gerade auch schon mal mit ein paar Dorfbewohnern sprechen. Die haben hier keine Elektrizität, kein fließendes Wasser. Aber so leben eben immer noch sehr, sehr viele Menschen in Afrika. Und das ist schon, wenn man in Europa lebt, irgendwie so aus der Entfernung schwer vorzustellen. Aber genau so ist es hier. Und ich glaube, es ist ein großes Glück, dass uns diese Möglichkeit gegeben wird, diese Perspektive auch kennenzulernen. Und deswegen schauen wir uns das hier jetzt mal ein bisschen an. Ich denke, das läuft direkt was unten. Ich denke, wir sind wirklich da, bin ich dier. Ich denke, wir sind einfach mal ein bisschenwitzig. Ich denke! Wirubscribe, ich bin einfach und wollen! Ich bin einfach Du bist好險! Die Sonne geht langsam unter und ich habe einen neuen Freund gefunden, mit dem wir gerade schon ein paar Fotos zusammen gemacht haben. Und der zeigt mir jetzt hier eigentlich gerade mal den Cradle eben, der hier auch verschiedene Bereiche hat. Und tagsüber? Und tagsüber läuft das ganze Vieh hier eigentlich frei herum. Ich glaube, mein Kameramann war ein bisschen überambitioniert und hat immer ein bisschen zwischendurch die Aufnahme ausgemacht, deswegen weiß ich nicht, was die alles aufgenommen haben. Aber so sieht eben dieser Cradle hier aus und die ganzen Familien aus dem Dorf, da hilft jeder mit, das haben wir gerade gesehen, auch die Kinder helfen mit, damit das Vieh hier nachts reingebracht wird, weil hier drin ist es sicher und das ist eben der wichtige Schritt für das Zusammenleben der Menschen hier mit den wilden Tieren wie den Löwen. Und es war schon eine beeindruckende Sache zu sehen, als hier auf einmal es losging und das ganze Vieh reingetrieben wurde. Das ganze Dorf hat mitgeholfen. Selbst die kleinsten Kinder wie er hier, wie mein kleiner Kameramann, haben mitgeholfen. Und er weiß natürlich auch schon, wie das Tor hier aufgeht. Und wieder zu. Kann ich dir helfen? Ja. Ja. Das Tor ist auch wieder zu. Und ein Punkt, den ich hier für mich besonders mitgenommen habe, ist eigentlich, dass die kleinen Dinge hier extrem viel bewirken können, wie zum Beispiel eben solche Lichter hier. Die kosten unter einem Euro pro Stück, aber es gibt halt extrem viele dieser Cradles. Oder es wäre schön, wenn jedes Haus eigentlich seinen eigenen kleinen Cradle hätte und nicht mehr die Leute hier die ganze Vieh hinbringen müssen, weil das vermischt sich natürlich auch. Und das Vieh, also der Livestock hier, ist halt das ganze Vermögen einer Familie, worauf sie auch stolz sind. Und das möchten sie eigentlich ungern in solchen Gemeinschaftsquells haben. Auch wenn das gemeinsame Communities sind. Aber man würde noch viel mehr Farmer dazu bringen, die wirklich so sicher einzusperren und somit keine Probleme mehr mit Löwen zu haben, wenn sie einen eigenen Cradle haben. Das alles kostet aber natürlich Geld. Aber jedes kleine bisschen hilft. Ich packe euch auch mal einen Spenden-Link unten rein in die Beschreibung. Dann seht ihr, wo ihr da helfen könnt. Und ja, ich hoffe, ich habe hier in diesem Vlog euch so ein bisschen das ganze Thema näher bringen können. Es ist natürlich sehr komplex, in so einem kleinen kurzen Tagesvlog nicht perfekt unterzubringen. Aber ich hoffe, ihr habt vielleicht ein kleines bisschen was gelernt, was ihr vorher nicht wusstet. Für mich ist es auf jeden Fall wieder eine Horizonterweiterung gewesen. Und damit würde ich sagen, beschließen wir auch mal den heutigen Vlog. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Drückt ihn dann noch rum. Wir sehen uns morgen und irgendwann wieder. Dann mit dem nächsten Vlog hier aus Namibia. Da ist er wieder. Was? So, dieser Mann ist auch fotografisch? Ähm, ja. Okay, sorry.